Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu Last Tide, diesmal wieder alleine unterwegs, heute ohne den Papillon. Wie ihr sehen könnt, habe ich eine andere Trauchkapsel und zwar die vom Kill, vom Megalodon quasi. Wenn man den killt, kriegt man diesen netten Roboter hier. Dementsprechend, ja, wir haben den Megalodon gekillt in unserem Livestream-Lessons. Könnt ihr gerne nochmal reinschauen, ist nur verfügbar auf unserem Kanal. Da haben wir nämlich erwischt. Und jetzt sind wir wieder so unterwegs. Und hier direkt vor mir ist doch einer, der noch nichts von seinem Glück weiß, dass ich hinter ihm bin. Ich ihn messern werde. Ach, verdammt, er konnte sich wiederbeleben. Na. Er hat ihn zwar außer Gefecht gesetzt, aber... Da hat er sich glatt wiederbelebt. Da war ein Hartsmann. Da mache ich mich ja gerade nochmal auf dem Weg dahin. Mal ein bisschen Loot zu kriegen. Ich wollte eigentlich zum Vorposten raus, aber das war ja aber nichts. So, dann nochmal das Ganze jetzt. Danach, da durch so ein Raketenantrieb ist, man sieht nicht so viel. So, neue Runde. Hier gibt es schon Reste und ein paar Style-Pfeile. Und natürlich auch wieder jede Menge Haie. Ich hoffe, ich finde gleich eine Waffe. Oder auch noch mal irgendwas. Das wäre sehr gut. So, fünf Minuten geht auch der Battle Royale-Models wieder los. Bis dahin sollte ich irgendwas gefunden haben. Sonst sieht es schlecht aus. Aber Hauptsache, ich habe schon Stahlpfeile. Wir können natürlich bis unten fahren können mit dem Boot, aber das wollte ich jetzt auch nicht. Da werden ja erstmal nur fünf Minuten und landig fahrereifert. Aber ich bin hier schon im nächsten Heilgebiet. Vielleicht gibt es hier gleich nochmal was. Ach, Stahlpfeile. Wow. Ah, eine Pistole, immerhin. Ah, eine Gyro-Pistole, super. Kann ich nicht mehr nutzen, weil es ja nicht mehr Mini-Raketen gibt. Das heißt, eine Pistole, aber ohne Munition. Naja, ich meine Luft. Taktisches Lager. Na klar, Stahlpfeile. Jetzt habe ich wenigstens schon so viele Stahlpfeile. Nur die falsche Pistole. Und dann habe ich da auch gleich schon wieder Überwind mit der, äh... Hätte ich jetzt mal ein anderes Leuchtgeschoss. Gott sei Dank trifft nur jeder dritte Schuss. Während ich mich langsam ihm nähere. Aber wahrscheinlich bis dahin eh tot bin, ja. Ohne Pistole ist halt schwierig. Witzensweise ohne Munition für die Pistole. Na komm. Ach nein, ehrlich. Da kam der Hai. Ah, wir schaffen noch einen Wiedereinstieg. Jetzt sind wir auch gleich unten. Mensch, guck mal, das läuft ja mal gar nicht, diese Runde. Ich hoffe, dass es jetzt besser läuft, ja. Ich fliege jetzt mal... Fliegen ist gut, aber ich schwimme jetzt mal, schieße mich mal zur Morg-Bohrung hier vorne raus. Da ist sie. Nochmal ein bisschen Loot zu kriegen. Jetzt schwimmen wir auch gleich mal an die Säcke ran. Stahlpfeile und eine Pistole. Ah, das geht doch. Das ist doch jetzt schon mal was. Jetzt habe ich wenigstens eine Pistole. Das ist doch... ein Fortschritt im Vergleich zu ihm. Täschchen habe ich auch. Jetzt mal schnell aufgelootet. Ich weiß gar nicht. Mal die Karte checken, wo denn Steve ist. Okay, beim Schiffsunfall. Wir sind hier unten. Haben wir jetzt auch nur noch zwei, drei Minuten, bevor wir dann in die Richtung müssen. Hier ist auch schon alles weggelootet. Wenigstens einen Kompass habe ich noch. Okay, hier gibt es auch noch was. Ach, ich hätte mich ja wiederbeleben können. Fällt mir gar nicht. Ich habe doch ein Pflasterkid mitgenommen. Ich hätte noch ein paar Sekunden Zeit gehabt. Ach, verdammt. Ach, ich sage ja, es läuft die Runde einfach nicht so ganz. Warum aber immer nicht diesmal. Aber solche Tage gibt es halt auch. Medigas, Pflasterkids. Medigas nehme ich gleich mal. Merkerlich, dass ich in der anderen Luft hatte. Und jetzt kein Aber. Vielleicht gibt es ja noch was an Luft. Machen wir jetzt noch einen Leichensack. Wir tauchen gleich mal tiefer in die Station ab. Um ein bisschen was zu kriegen. Aber immerhin, Stahlpfeiler ist sehr gut. So, was gibt es denn hier? Schönes. Oh ja. MP, sehr gut. Flassen. Okay, das hat noch. Gibt es schon alles dreimal? Habe ich schon alles dreimal? Da gibt es noch mal Stahlpfeile. Sehr gut. Nee. Ich würde gerne tauschen. Wieder. Danke. So, ich habe es jetzt nicht weit. Ich würde mal hier die Markierung setzen. Und 250 startet das Schild. Dann habe ich also noch ungefähr, wenn es startet, sollten wir uns langsam auf den Weg machen. Um es halbwegs sicher dann in die sichere Zone zu schaffen. Drucklochflasche, Helm, Pflasterkit, Medigars, Helm haben wir schon. Oh, hier ist nichts drin. Können wir schon mal schnell da vorne hin. Noch mal ein Pflasterkit. Kann alles nicht schaden. Medigars, Strahlpfeile. Besten hatte ich schon, ne? Habe ich jetzt alles, alles klar. Mal schnell die Räume hier. Die hier sind durchsuchen. Vielleicht gibt es hier noch was und noch mal was auf dem Weg. Würde ich es sagen. Oh, ich so offen. Okay, hier gab es nichts. Hier ist noch eine Tür. Ah, hier gibt es auch noch was. Hier haben wir noch Medigars. Hier haben wir noch Stahlpfeiler. Da drüben gibt es auch noch was. Aber eine bessere Waffe werde ich wohl auf die Stelle jetzt nicht führen. Oh, Medigars kann ich noch mal mit. Ich will aber noch eine Minute. Okay, da kann ich drüben auch noch mal reingucken. Und zwar hier drüben. Habe ich auch noch eine Tür gesehen. So, hier nochmal weniger. Und nochmal eine drückende Flasche. Sehr gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Langsam. Zu hartes Versteck. Das ist aber nochmal ganz unten. Hier gibt es nochmal Stahlpfeiler. Dann machen wir uns mal schnell auf den Weg. 26 sind noch über. Und wir hoffen, dass unterwegs wie ein Erwischer, den ich ausschalten kann, dass ich eben die UMP oder so abnehmen kann. Hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen. Oder wird der Mägelung irgendwie angestachelt. Ja, das nehmen wir hier noch mit. So weit ist es ja nicht zu hartes Versteck. Vielleicht gibt es ja noch was. Und Schatz, nehmen wir mal mit. Kann ich schaden. Ich glaube, hier hinterm Felsen müsste es sein. Gucken wir doch mal. Oder habe ich den Felsen markiert? Ich glaube, ich habe den Felsen markiert. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich habe den Felsen markiert. Okay, dann markiere ich mal das. Ich hoffe, es ist ja auch nicht wieder nur ein Felsen ist. Nee, da vorne ist ein Schiff. Sogar zwei. Aber klar, jetzt habe ich eine Waffe. Jetzt sehe ich natürlich keinen mehr. Oh, die Luft ist sehr gut. Stahlpfeiler. Noch mal Luftschnelllademagazin. Nehmen wir doch gleich mal Schnelllademagazin hier drauf. Und eine Luftschnelllademagazin. Und eine Luftschnelllademagazin. Gucken, ob wir noch was finden. Jo, Pflasterkit haben wir ja noch. Leuchtgeschosse und Co. lasse ich mal alles weg. Wobei es eben mir gerade geholfen hätte. Als erste Verteidigung. Gegen andere aber. Da wollte ich natürlich nicht. Taktischen Griff. Man weiß mal nie, was man noch findet. So, jetzt muss ich mal schnell gucken. Wo dann die neue Zone ist. Oh. Da muss ich ja direkt zum Schiffsunfall schwimmen. Schon. Verschüsse um die Ecke. Aber es ist hier noch kein. Ich nehme mal die Deckung hier. Außer ein Heide oben. Niemand zu sehen. Bis jetzt. Hier geht es nur nach oben. Schade. Ich dachte, hier geht es auch nach unten rein. Aber es gibt auch so eine Säule, die so eine Bait runterführt. Hätte sein können, dass das die hier ist. Zufällig. Habe ich hier auf dem Weg liegt noch der östliche Vortposten. Ich glaube, da riskiere ich mal im Blick. Wenigstens mal kurz reinschwimmen, runter gucken und weiter schwimmen. Für mehr Zeit wird es wohl nicht reichen. Okay, jetzt fällt es auch erst. Vielleicht reicht es ja für eine vernünftige Waffe noch. Reicht es in der Tat sogar. Amphibiengewehr. Das ist natürlich das Lager voll. Ich muss erst mal schnell die taktischen Sachen hier einbauen. Das Schnelllademagazin haben wir natürlich auf einer Waffe liegen lassen. Auch natürlich clever von mir. Bitte austauschen. Also Schnelllademagazin hier rein. Visier habe ich jetzt keins. Ist aber nicht so schlimm. Wenn ich jetzt nachlade überall, dann hätte ich auch noch ein bisschen Platz wahrscheinlich für neue Sachen. Habe ich nicht ein taktisches Lager noch am Start? Oder habe ich das gar nicht mitgenommen? Ach, das war glaube ich in einer anderen Folge. Naja. Aber kann ich auf der Waffe eh nicht drauf machen. So, ich hatte noch mal Luft. Aber ich denke, Luft sollte reichen. Ich würde ja noch mal ein Visierfeuerausschau halten. Okay. Ich habe nämlich 16 Pflasterkisten, 12 Medigas und da ist die Zone. Verdammt. Da habe ich hier nicht aufgepasst. Ein einzelner Vorteil ist im Vergleich zu anderen Battle Royale Spielen, dass hier nicht permanent etwas abgezogen wird, sondern nur, wenn die Haie kommen. Die aber mit jeder Stufe sich erhöhen. Oh, ich dachte, ich habe noch mehr Zeit. Hoffentlich war es jetzt nicht, äh, hoffentlich war es das wert, die Waffe zu holen. Jetzt dürfte er auch gleich kommen. Da kommt er schon. Ich habe natürlich einen Pot-Token, aber keine Station in der Nähe. Wie weit ist es denn noch? Wollen wir den herstlicher Vorposten? Ah, okay, so weit ist es nicht mehr. So weit dürfte es ja nicht mehr sein, eigentlich. Nachteil ist, ich verschieße natürlich jetzt auch unnötig Munition. Oh, nee, du. Wo bist du? Da, kommt er. Jetzt kommen auch schon Tigerhaie. Ah, herzlichen Dank. Da, ich sehe das Heißschild. Oh Gott. Hoffen, dass ich es rein schaffe. Bevor es schon wieder fällt. Da muss ich gleich weiterschwimmen. Wo ist er? Oh, Mist, war klar, dass er mich natürlich auch vom Heißschild wegzieht. Die Olle. Oh, gleich habe ich es geschafft. Aber es fällt auch in 22 Sekunden schon wieder. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt muss ich ein bisschen auf Risiko gehen hier, um es wenigstens vorm Heißschild noch zu schaffen. Dass es jetzt schon wieder fällt. Gucken, ob er das noch schafft. Und wie es am Ende ausgeht. Noch hat es mich nicht überholt. Aber wir sind da. Sehr gut, das Heißschild dürfte hier nicht mehr hinkommen. Wenn die Markierung sich schon gedreht hat, kann ich jetzt erstmal ein bisschen Medigas nehmen. Zweimal. Es müsste reichen, um mich aufzuheilen. Und ehe ich es vergesse, dann nehme ich da nochmal Luft und setze mir gleich die nächste Markierung. Direkt so tief, um meinen Schatz noch abzugehen, meine zwei. Meine Schätze, in dem Fall dann ja, wenn es zwei sind. Meine ich jedenfalls, es sind zwei. Könnte aber auch nur einer sein. Und wenn es zwei sind,까요? Und jetzt Tal. Ich jammer Sie mal local sein. Kann ich Dir mal, ganz gerne abgeben. La黨 aufg ist. Hoodie. Ihr sagt mir. Schatz. Pass Nummer Tag. Da ist die V schon. Ich hoffe, sie schießt ja keiner auf mich. Ich muss erst die Schätze abgeben. Das haben wir. Er erledigt. Da kommt doch ein Taucher, oder? Schnell, 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 schnell. Ach, verdammt. Diesmal ist es nicht funktioniert. Aber einmal ein Dritter gewonnen. Der freut sich natürlich jetzt über den Loot, den er von mir kriegt. Aber es ist die Rache des Lieutenant Replays. Letztes Mal habe ich ihn ja geholt. Diesmal hat er mich geholt. Also, so ist das. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es diesmal nicht ganz so hundertprozentig lief. Aber wie gesagt, solche Tage gibt es zwischendrin auch mal in der nächsten Folge. Wird es hoffentlich wieder besser. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.